Ab morgen ist vieles neu bei uns. Es gibt für Sie schärferes und besseres Bild zum Beispiel. Dazu ist auch unser Studio angepasst worden. Viele Wochen des Umbaus sind fast geschafft. Wir wollen uns heute gemeinsam mit Ihnen von unseren alten Kulissen verabschieden und schon mal auf morgen schauen auf MDR um 11 in HD. Punkt 11 Uhr an einem Tag im November. Wie gewohnt, das MDR Mittagsmagazin aus dem Studio in Magdeburg läuft. Moment mal, der steht ja gar nicht im richtigen Studio, sondern vor einer grünen Wand. Richtig, nur ein Ausweichquartier, denn es war Zeit für ein Studio-Facelift. Zehn Jahre war die Kulisse inzwischen alt. Zeit zum Renovieren. Und da, liebes Studio, wurde vorläufig das letzte Mal an deinen alten Sachen herumgeschraubt. Und alles musste raus. Von der Deko bis zum Fußboden. Jetzt, wo wir hochauflösend senden, da musst du eine bessere Figur machen, irgendwie moderner sein. Aber bevor dein neues Outfit hier durchkommt, muss es erst gebaut werden in Leipzig, in den Werkstätten des MDR. Und er hier links ist der große Umbauboss, Bernd Bauer. Ich denke mal, dass man sowas beim MDR sowieso noch nicht gesehen hat. Aber auch in der ganz normalen Medienwelt wird das schon Aufsehen erregen. Wow, hast du gehört? Du wirst Aufsehen erregen. Aber warum eigentlich? Was ist so besonders an deinem neuen Outfit? Also ich finde die grafischen Möglichkeiten jetzt viel ausgereifter, viel passender. Unsere neue Elf gefällt mir ganz hervorragend. Diese Sitzmöbel, die sehen gar nicht so aus, als ob man darauf sitzen könnte. Auch noch richtig bequem. Ich dachte, die sehen nur gut aus. Aber man kann richtig gut drauf sitzen. Dass die Kulissen ganz einfach zu handeln sind, also das ermöglicht auch einen ganz schnellen Umbau. Ich freue mich drauf. Ja, Moment. Bei den Kulissen sind wir ja noch lange nicht. Erstmal ist der Boden dran. Ach und er sagt mal, wo ist eigentlich der ganze alte Krempel hin? Als wir gehört haben, dass wir die Deko kriegen können, haben wir uns natürlich total gefreut. Im Moment senden wir aus der Deko, die der MDR das letzte Mal, Gott sei Dank, nicht weggeworfen, sondern uns gegeben hat. Altes Zeug für einen guten Zweck. Übrigens, der Boden ist trocken. Jetzt kann es hier weitergehen. Und, liebes Studio, ich verrate dir schon ein paar Fakten. Der Durchmesser des neuen Lichtrings. 6,30 Meter. Insgesamt 60 Scheinwerfer hängen an deiner Decke. Deine Moderationstische sind WLAN-gesteuert. Und immerhin 300 Meter LED-Leuchtstreifen machen dich so richtig bunt, nicht schlecht. Da muss auch die Funkhaus-Chefin Fotos fürs Erinnerungsalbum machen. Und wenn sie schon hier ist, gleich noch Probesitzen im neuen Studiosessel. Gemütlich, oder? Ich sehe mich ja strahlend. Also, ich bin sehr begeistert. Das ist eine tolle Arbeit gewesen von allen, die daran beteiligt waren. Und auch vor allem jetzt in dem kurzen Zeitraum. Das Studio als Wohlfühloase, so soll es sein. Ich denke, das ist sehr wichtig, weil das ist ja immerhin unser Arbeitsplatz. 45 Minuten lang, 50 Minuten lang, wo wir Gäste begrüßen, wo wir ja den Leuten zu Hause auch das Gefühl geben wollen, fühlen sie sich mit uns gemeinsam wohl. Das möchten wir ja erreichen. Es ist natürlich wichtig, dass wir uns wohlfühlen, aber noch wichtiger ist es, dass das Studio unseren Zuschauern gefällt, denn auf die kommt sie an. Das ist natürlich wichtig, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns wohlfühlen,